Viele von euch werden diese Person hier wahrscheinlich kennen. Kolja Barkhorn oder auf YouTube auch bekannt unter dem Kanalnamen Aktien mit Kopf. Doch der Urvater der deutschen Aktienvideos macht seit geraumer Zeit gar kein Content mehr über Aktien, sondern viel eher hat er in letzter Zeit seinen kompletten Content, sein komplettes Kanalbild in Richtung Politik geswitcht. Jede News über irgendeinen Politiker wird kommentiert, insbesondere natürlich von grünen Politikern, die ganz gerne als Feind von allem dargestellt werden. Ja, und das Ganze stößt auf Kritik bei seinen Stammzuschauern. Aber nur kurz zur Info, dieses Video soll kein Hate oder kein Bashing sein. Wir schauen uns das Ganze nur etwas mal genauer an, was genau überhaupt passiert ist. Ist das Ganze überhaupt so kritisch, wie viele Leute meinen? Und vor allem schauen wir in diesem Video auch, wie viel Aktien mit Kopf denn jetzt mit diesem, ja, Politik-Content überhaupt verdient. Denn das ist ganz schön viel und das wird wohl einer der Hauptgründe sein, warum er diesen Sinneswandel überhaupt erfahren hat. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Schluss des Videos, wenn wir die Einnahmen von Aktien mit Kopf aufdecken. Also fangen wir jetzt erstmal ganz von vorne an. Der Kanal Aktien mit Kopf beschäftigt sich seit langer Zeit mit Themen rund um Aktien, Aktienanalysen, Vermögensaufbau und der finanziellen Freiheit. Aber seit Anfang des Jahres macht er eigentlich nur noch Politik-Content. Es ist wirklich eine 180-Grad-Drehung. Einige nennen das sogar Schwurbel-Content. So weit würde ich persönlich nicht gehen, aber kann man sehen, wie man will. Dazu kommen extrem klickbätige Videotitel, so wie die Bild-Zeitung es auch machen würde. Und Thumbnails mit bekannten Personen. Ganz oft, wie vorhin schon erwähnt, irgendwelche Politiker, meistens grüne Politiker, Joe Biden, Trump, die ganzen bekannten Leute. Elon Musk darf natürlich auch nicht wählen. Und während das seine Langzeit-Fans, also die Zuschauer von früher, das eher kritisch sehen, findet das einen Großteil der Masse sogar extrem gut, was er jetzt macht. Wenn man den Zahlen glauben möchte. Das hier sind die Statistiken seiner monatlichen Views von Social Blade. Social Blade ist eine Plattform, auf die ihr Statistiken von jedem YouTuber einsehen könnt. Das ist alles öffentlich. Könnt ihr gerne nachmachen. Und ihr könnt bei diesem Bild ja mal raten, wann genau ist dieser Umschwung von seinem Content und seinen Titelbildern denn passiert. Gold richtig, genau hier. Zu dem Zeitpunkt, wo er richtig Views abgesahnt hat. Und das liegt natürlich ganz klar an den Clickbait-Titeln und an der Frequenz, wie er Videos raushaut. Denn das muss man schon sagen, er haut wirklich viele Videos raus. Teilweise bis zu drei Videos am Tag. Da können sich echt viele andere Creator noch eine Scheibe von abschneiden. Aber das ist natürlich auch nur möglich, weil sein neuer Content im Vergleich zu seinen früheren Content, so Aktienanalysen oder zum Beispiel, deutlich weniger aufwendig sind. Wenn ich überlege, wie viel Recherchearbeit in so eine Aktienanalyse reinfließt, dann hat er das immer noch vor seiner Tafel schön aufbereitet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er da schneiden musste. Er wirkt auf mich so, als wenn er einfach seine Texte so runterrattern könnte, weil er eben Ahnung hat, von was er da spricht. Ja, und jetzt macht er eigentlich nur noch Kommentare zu irgendwelchen politischen News. Gibt natürlich seine eigene Meinung dazu. Ja, so viel muss man sagen. Das ist ja auch irgendwo geistiger Content. Aber im Vergleich zu seinen früheren Videos ist das natürlich ein deutlich geringerer Aufwand. Und genau das gefällt der Community überhaupt nicht. Aber ist das jetzt überhaupt gerecht zu kritisieren? Klar, du kannst im Internet erstmal deine Meinung frei äußern. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst kommentieren, was du willst. Und dieser Content-Umschwung ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. Kolja ist in dem Sinne auf dieser Plattform ja ein YouTuber, wie jeder andere auch. Und er kann natürlich machen, was er möchte. Nur weil er einmal richtig bekannt war für sein Aktien-Content, heißt das ja nicht, dass er das bis zum Ende seines Lebens machen muss. Natürlich kann er sein Content in eine Richtung bewegen, wie er das möchte. Das hat er früher ja auch schon gemacht. Bevor er mit Aktien-Content überhaupt angefangen hat, hat er Fitness-Videos gemacht. Und viele andere YouTuber machen das ja auch so, sodass sie irgendwann einfach in Content switchen. Es wird eben herum experimentiert und von dem, was funktioniert, wird mehr gemacht. Ganz klare und einfache Regeln. Außerdem gibt es auf YouTube ja immer noch die goldene Grundregel. Wenn es dir nicht gefällt, dann musst du es ja nicht schauen. Du kannst einfach deabonnieren und einen anderen Aktienkanal schauen, wenn es das ist, was dich interessiert. Und Leute meinen auch, ja, wenn du jetzt diesen politischen Content machst, dann springen ja deine Partner ab. Das kann man von außen natürlich immer schwierig beurteilen. Aber ich vermute mal, dass er jetzt nicht ganz so angewiesen ist auf Partnerschaften. Denn jetzt kommen wir zum wahrscheinlich spannendsten Punkt. Wie viel verdient Kolja mit Politik-Content? Und ich glaube, nach diesem Punkt können einige von euch seinen Wandel auf jeden Fall deutlich mehr nachvollziehen. Denn das hat es wirklich in sich. Die simpelste Methode, um herauszufinden, wie viel ein Creator denn verdient, ist ganz einfach Social Blade, wie eben schon erwähnt. Dort finden wir Werte von 2,2k bis 36k monatlich und 27.000 bis 430.000 jährlich. Ihr merkt selber, mit diesen weiten Zahlen kommen wir nicht wirklich weit. Wir brauchen etwas Genaueres. Deswegen hier ein anderer Ansatz. Dem YouTuber Vermietertagebuch Alexander Rauhe ist genau das gleiche passiert wie Aktien mit Kopf. Früher hat er auch informative Videos gemacht über das Vermietertum und heute Politik-Content mit Bild, Zeitung, Clickbait. Im Prinzip genau das gleiche. Nur hat er in einem seiner Videos, ja, seine Einnahmen geliebt. Das Video dazu ist auch by the way auch unten verlinkt. Checkt das Ganze aus. Sehr cool, dass er hier wirklich so transparent ist. Wie sind denn jetzt seine Einnahmen so? Er hat im Monat November mit gut 7 Millionen Klicks fast 40.000 Euro gemacht. Dann im Monat darauf im Dezember mit 6 Millionen Klicks gut 34.000 Euro. Nur mit YouTube AdSense, also die Werbeeinnahmen. Und da die beiden eigentlich den identischen Content machen, müssten sie rein theoretisch auch eine ähnliche CPM haben. Nur kurz zur Info, CPM steht für Cost per Mile und ist eben der Betrag, den YouTube an euch Creator zahlt pro 1000 Views. Übertragen wir das ganze Beispiel jetzt auf Aktien mit Kopf Kolja. Koljas Kanal macht so viele Klicks wie noch nie zuvor. Jetzt aktuell in den letzten 30 Tagen fast 10 Millionen Klicks. Wenn dieses YouTube Video hier rauskommt oder wenn ihr euch das später anschauen solltet, dann würde es mich nicht wundern, wenn seine Zahlen noch höher sind als jetzt. Das Ganze rechnen wir jetzt mal durch mit einem Dreisatz. Wenn 7 Millionen Klicks 40.000 Euro sind, dann sind 1 Million Klicks 5.700 Euro. Also sind 10 Millionen Klicks unglaubliche 57.000 Euro pro Monat. Nimmt das bitte mit ein bisschen Grain of Salt, denn der CPM kann natürlich von YouTuber zu YouTuber ein bisschen schwanken. Auch aufgrund der Jahreszeiten, aber im Großen und Ganzen sollte das ungefähr stimmen. Und wenn es nicht stimmen sollte, dann geht davon aus, dass er noch mehr als das verdient. Und dazu kommen ja noch die ganzen Partnerschaften, die er auf jeden Fall noch hat und die ganzen Affiliate-Links in den Videobeschreibungen natürlich. Auf die 57.000 muss er natürlich auch Steuern zahlen, wie jeder andere auch, aber trotzdem ist das eine ganz schöne Ansage. Wenn man das alles auf sich jetzt wirken lässt, dann finde ich, kann man das komplett nachvollziehen, warum er diesen Content macht. Ihr müsst euch mal in seine Lage versetzen. Wenn du die Möglichkeit hast, ich sage es jetzt mal mit Low Content, das Vielfache zu verdienen wie vorher, viel weniger Zeit reinzustecken, weniger Bearbeitung, einfach nur News lesen, natürlich mit seiner eigenen Meinung, dann, ja, natürlich macht man das dann. Du machst das mit dem geringsten Aufwand, was den meisten Umsatz macht. Das 80-20-Prinzip, das ist in der Welt des Kapitalismus eigentlich immer der Weg, der gegangen wird. Und Kapitalismus ist ja sowieso genau das, was Kolja vertritt. Er lebt und liebt das Ganze. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich überhaupt nicht verwerflich, sondern extrem smart. Danke fürs Zusehen. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie ich mit KI-Art Geld verdient habe, dann klicke hier.